Untertitelung des ZDF für funk, 2017 zerbrach meine Seele in tausend Stücke. Alles, was mir blieb, war, sie wieder aufzusammeln. Aber wie du sehen kannst, müssen manche ersetzt werden. Eins davon muss ich jetzt einsetzen, einen uralten Talisman, der von der Magie der Schar durchtränkt ist. Ohne ihn können wir nicht die wahre Macht der Albtraumessenz einsetzen. Mit dieser Vereinigung ist der erste Schritt bei der Enthüllung der Geheimnisse der Pyramide getan. Aber nur ein erster. Mehr Essenz bedarf mehr Scharmagie. Nichts davon besitze ich. Sammle beides und der Pfad zur Pyramide sollte sich offenbaren. Jetzt seaschlappen. Lass uns anfangen. Spricht man jenseits des Außenpostens noch so positiv von Mara Sov? Spricht man jenseits des Außenpostens noch so positiv von Mara Sov? Spricht man jenseits des Außenpostens noch so positiv von Mara Sov? Blinde Hingabe ist eine gefährliche Sache. Aber als es um Krota ging, wusste Omnigul keinen anderen Weg. Sie stellte für ihn eine Armee der Schar auf und tötete eine Unzahl an Hütern. Omnigul hinterließ seine Spur des Leids. Und dieses Leid nutzt die Pyramide nun gegen uns. Sie erwartet, dass wir vor jenem fallen, was wir bezwungen haben. Nicht heute. Heute. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Was ist das? 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 Was ist das?